Einen wunderschönen Newton-Tag und willkommen zu Mass Effect Andromeda. Wir machen heute weiter, letzte, also die letzte Folge müsste jetzt eigentlich morgen kommen. Morgen haben wir 24. März, deswegen die müsste morgen kommen. Wir spielen alles auf Ultra-Settings und ja, wir haben heute eine neue Grafikkarte gegönnt. Ähm, was machen wir heute? Wir lassen uns mal heute ein paar neben, achso, ich hab noch ein paar Fähigkeitspunkte auf. Ach ne, ich hab ja umgestellt auf alles auf automatisch, ne? Genau, also da will ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ähm. Wir werden mal in dem Logbuch gucken. Eine hoffnungsvolle Spur. Das wäre Hauptquest, mit dem Wachen sprechen, wie die den Widerstands treffen. Ähm, das könnte man auch machen. Ne, das können wir nicht machen. Bündete und Beziehungen. Äh, Spender auf der Nexus finden. PB Geheimprojekt. Genau, auf der Nexus. Also wir könnten eigentlich mal zur Nexus. E-Mail von Cora lesen. Machen wir. Da gucken wir gleich mal kurz rein. Nächster Schritt. Äh, Welten zur Prüfung finden. Bold für Außenposten prüfen. Okay. Ansonsten, John, auf Haval finden. Ja, also wir, wir sind im Endeffekt dran. Also gehen wir heute einmal zur Nexus rüber. Wir checken da einmal kurz die Lage. Wir checken mal kurz die E-Mails. So, Asari-Flüchtlinge. Dann sprechen wir mal hier mit Cora. Das Torwüß, ich kann halt hier nicht drunter springen, ne? Normalerweise. So, dann einmal nach unten. Äh, falsche Richtung. Doch nicht nach unten. Es gab eine Zeit, da hattest du Angst vor dem Weltraum. Wir sind viel gereist. Und eines Tages wurde ihr plötzlich klar, dass außerhalb... Außerhalb der Shuttlewende nichts war. Warum unterbricht das denn eigentlich? Das ist doch doof. Oh ja, wir haben sie damit getauscht. Wirklich? Danach haben sie ihn gefragt? Wenn sie über Technik reden wollen, dann tun sie das. Ich will ihn kennenlernen. Ja, das denke ich mir auch. Äh, äh. Cool. Einige Asari haben im Außenposten Zuflucht gesucht. Nicht sonderlich viele, aber immerhin. Bradley zufolge ist unter ihnen auch eine verantwortliche Offizierin namens Hedaria. Sie weiß vielleicht, wo die Arche ist. Dann sollten wir uns auf den Weg nach Eos machen und es rausfinden. Gut. Gerüchten zufolge ist auch Sarissa Ferris auf der Arche der Asari. Sie ist genau die Frau, die wir brauchen. Wer ist sie? Vermutlich die beste Strategin unter den Elite-Soldatinnen, die es gibt. Ihre biotischen Schilde haben in der Schlacht um Kerkis Hunderten das Leben gerettet. Allem Anschein nach arbeitet Sarissa als Leibwächterin des Asari Pathfinders. Und wahrscheinlich hat sie schon einen Plan, um alles wieder ins Lot zu bringen. Kann es sein, dass Sie ein Fan von ihr sind? Nein, ich mag einfach... Hören Sie, wir brauchen jemanden mit Ihrer Erfahrung. Das ist alles. Ist eine Militärstrategin wirklich das, was wir hier draußen brauchen? Irgendjemand muss die Nexus beschützen. Wir können es uns nicht leisten, Verbündete abzuweisen. Wenn Sie bereit sind, sich auf die Suche zu machen, sollten wir in Prodromos mit Hedaria reden. Und dabei würde ich Sie gerne begleiten. Äh, ich hab doch... Ich hab doch die E-Mail von Cora gelesen. Da ist dann noch eine reingekommen. Ich check das nochmal eben. Das ist von RIDAR, von Cora. Okay, dann ist das die E-Mail, die ich gerade nicht mitbekommen habe. Ja, das haben wir nämlich schon gelesen. So, dann lass uns erstmal zur Nexus... Sie könnten es in ein paar Wochen lernen. Äh... So, dann lass uns mal schauen. Wir haben hier noch... Ne, Schlüsse haben wir noch. Da haben wir auch noch ein Ausrufezeichen. Ach, das sind wahrscheinlich die nächsten Orte, die wir haben. Jobaum. Nexus Erstschlag. Können wir sowieso nicht machen, weil dafür müssten wir... Ähm... Ich glaub, die Server sind gar nicht mehr davon verfügbar, glaub ich. Gut, wir gehen erstmal zur Nexus. Treffen uns mit Phoebe. Gucken, was wir dann noch auf der Nexus machen können. Das war ja auch noch mit Drek irgendwas. Und dann gehen wir auf den... Auf den anderen Planeten. Auf unseren ersten Planeten, den wir erobert haben. Machen da ein paar Sachen fertig heute. Und würde dann bei dem nächsten Stream... Dessen Datum ich jetzt noch nicht im Kopf hab. Da muss ich dann gucken, wann wir das nächste Mal dann weitermachen. Würde ich dann die Hauptquest wieder weitermachen. Also ich würde es so versuchen. Ein Stream Hauptquest. Ein Stream Nebenquest. Ja, das wird auch so ein bisschen dann bleiben. Ein Doktorbuch. Guck mal, wir haben dann noch Filmabend. Erste Vorbereitung, Aufgabe, bessere Zubereitung. Feuerwehr, Aufgabe, um Weg eines Helden. Ähm... Geheimprojekt in der Zukunft erwacht. Organischer Verrat. Also wir haben hier noch einige Missionen hier, sehe ich gerade. Ach, das ist ja wieder die geheime Ladebanken in dem Fall. Ja, das ist ja wieder die Idee. Ein Arbeiter. Achten Sie auf. Ja, das ist ja wieder die Idee. Gut, dann... Muss ich mal in dem mal eine Quest gucken. Das ist... Machen wir erstmal Verbündete Beziehungen. Machen wir erstmal PB. Werfen da drauf? Demonstranten? Was? Wo? Der Moment scheint alles ruhig zu sein. Hör mal, Jonesy. Ich weiß. Ich hab mir den Job auch anders vorgestellt. Mit dem kann ich nicht sprechen. Sie sind bei der Milit, oder? Was geht da drin vor? Eine Meute ist in die Hydro-Kulturen eingedrungen und weigert sich, sie wieder zu verlassen. Sie stören den Betrieb und das könnte übel ausgehen. Können Sie vielleicht mit ihnen reden? Sie sollen verschwinden. Sie sollen uns hören. Sie sollen es wissen. Sie sollen uns anführen. Oder sie sollen verschwinden. Hey, was geht hier vor? Das ist eure neue Galaxie. Blumi, wir reden über den Neuanfang, während eure Kinder eingefroren bleiben. Und das verdankt ihr alles eurem Pathfinder. Wie bitte? Wir warten seit Monaten darauf, dass unsere Familien aus der Stase geholt werden. Sie waren für ihren Außenposten vorgesehen. Und weil ihr Militär wolltet, muss die wissenschaftliche Unterstützung warten. Mal wieder. Durch die ganzen Unbelegungen sind sie jetzt in zehn verschiedenen Kolonieblöcken. Und meine Mutter steckt mittendrin. Wir hatten nur Ressourcen für einen Außenposten. Also habe ich mich darauf konzentriert, was wir am dringendsten brauchen. Und deswegen sitzen meine Enkel jetzt in dieser Kapsel fest. Vielleicht könnten Sie die Sache ja klären. Ich will einfach nur, dass meine Mutter aus der Stase kommt. Wir alle wollen nur unsere Familien wieder haben. Sie veranlassen doch Stase-Aufhebungen. Sie können unseren Anführern sagen, dass sie diese Kapseln öffnen werden. Noch heute. Ich hole ganze Kolonieblöcke oder einige wenige Sonderfälle aus der Stase. Aber ich kann nicht einfach willkürlich Dutzende Leute wecken lassen. Uns ist egal, wer den Knopf drückt. Wenn Sie es nicht können, können es unsere Anführer. Und wenn Sie es Ihnen sagen, werden Sie es auch tun. Okay. Ich rede mit der Führung über mögliche Lösungen. 14 Monate Versprechungen. Es ist Zeit für Ergebnisse. Wir haben uns schon an Edison gewandt. Aber das Miststück hat uns eiskalt ignoriert. Fangen Sie mit Kandros an. Er hat diese 10 Soldaten rübergeschickt. Vielleicht nimmt er uns ernst. Klans vor Kumpels. Uff. Uff. Ja, was willst du da zu sagen? Klar, das ist natürlich scheiße, wenn deine Familie und sowas dann irgendwie in der Stasis ist. Aber ich sag mal so, du musst dich halt für einen Part entscheiden. Und ich glaube, es ist auch vollkommen egal, weil ich habe mich bisher immer fürs Militär entschieden. Weil ich halt einfach der Meinung bin, du musst halt deine Sachen, die du hast, verteidigen können. Das ist so mein Hintergrund daran. Klar, Wissenschaft ist auch wichtig, weil du dann diese Sachen erforschen kannst mit diesen, die Sachen, die du da bekommst, dass du das natürlich erforschen kannst, dass du dann Nahrung und sowas, etc. dann findest und so weiter und so fort. Das ist ja alles richtig. Aber wenn du angegriffen wirst und hast keine Möglichkeit, dich zu verteidigen oder Leute ausgebildet sind, stehst du einfach da. Ich meine, ich denke nicht, dass die da jetzt so weit gehen würden. Bibi! Tada! Mein Projekt! Sie ist fertig. Sie? Er? Sie. Ist doch egal. Er ist nur ein Proof of Concept. Ich habe die Relikt-Eingabe auf Forderungen entfernt, um rauszufinden, ob ich ihn selbst aktivieren kann. Es hat funktioniert! Jetzt kann ich ein Einsatzmodell mit Kampfprotokollen bauen, das für sie kämpft. Und? Hm? Was denken Sie? Sie haben sich selbst übertroffen, Pibi. Suvi und Gil sollen ihn unter die Lupe nehmen und danach ziehen sie das Kampfmodell für mich vor. Ich hatte gehofft, dass sie sich darüber freuen. Oh nein, ich habe vergessen, die Tür... Scheiße! Sieh an, sieh an, sieh an, Palisaria. Ich wusste nicht, dass du dieses Loch immer noch nutzt. Und wer ist das da? Kalinda, das ist Ryder. Oh, jeder weiß, wer der menschliche Pathfinder ist. Ich meinte, deinen Relikt-Freund. Das geht dich nichts an, Kalinda. Natürlich nicht. Und genau das macht es ja so interessant. Sei doch nicht so feindselig, Süße. Seien sie nicht so herablassend, Süße. Das hier ist Pibis Reich und sie haben hier nichts zu suchen. Ich finde, da ist ein bisschen Feindseligkeit durchaus gerechtfertigt. Aber, aber, ich war einfach besorgt, meiner lieben alten Freundin könnte etwas zugestoßen sein. Tut mir leid, dass ich hier einfach so reingeplatzt bin, Palisaria. Aber es freut mich zu sehen, dass du nach vorne blickst. Bis dann. Ich begleite sie nach draußen. Also, wollen sie darüber reden? Ach, Kalinda und ich kennen uns schon ewig. Wir haben uns gemeinsam der Initiative angeschlossen und waren lange wie eine Familie. Jetzt aber nicht mehr. Wenn man tausend Jahre lebt, kommen und gehen die Leute, Ryder. Es ist dumm, sich an jemanden zu binden. Oder an einen Ort. Es wird Zeit, zusammenzupacken. Hier hält mich nichts mehr. Hey, ich hoffe, sie wissen, dass sie jederzeit mit mir reden können. Was sind sie doch süß. Danke, Ryder. Das ist nett von Ihnen. Wirklich. Aber keine Sorge, mir geht's gut. Vergangen ist vergangen. Ich packe mein neues Haustier und alles Wichtige ein. Wir sehen uns dann auf der Tempest. Gut, dann gehen wir wieder raus. Dann können wir direkt die nächste Mission angehen. Dann haben wir das nämlich schon fertig. Scheitert, E-Mail von Korra lesen. Ich hab doch die E-Mail gelesen, meine ich. Aber gut, wenn das Spiel sagt, nein, dann halt nicht. Spender auf der Nexus finden. So, wir speichern mal eben zwischendurch. Und Spender auf der Nexus finden. Ich hoffe, dass das Internet heute wesentlich besser läuft. Ich hab heute mal den Router neu gestartet, weil wir heute nur Internetprobleme haben. Das ist heute... Ja. Unschön. Sagen wir mal so, es ist einfach unschön. Was haben wir denn hier noch? Äh. Okay. Und bitte entschuldigen Sie den Staub. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Was wissen Sie über die Cat? Das ist eine Spezies, die wir nicht so bald hierher einladen werden. Ich hatte gehofft, unsere Begegnungen würden friedlich verlaufen. Aber das war wahrscheinlich zu viel verlangt. Was ist das hier? Das Kulturzentrum ist ein Ort, an dem uns neue Völker, denen wir begegnen, besuchen können und wo ein Ideenaustausch stattfindet. Sie können hier mehr über die Spezies der Milchstraße lernen, während wir gleichzeitig ein Klima der Kooperation und des Verständnisses fördern. Wir bereiten gerade alles vor. Hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis wir unsere ersten Besucher begrüßen können. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? In der Milchstraße war ich Soziologin. Man konnte zwar viele Kulturen studieren, aber die Bücher über sie waren alle schon geschrieben. Es gab für mich nichts Neues hinzuzufügen. Als ich von der Initiative erfuhr, verpflichtete ich mich sofort, die Vorstellung, neuen Völkern zu begegnen, zu sehen, wie sie sich entwickeln und an die Lebensbedingungen angepasst haben. Ich konnte nicht widerstehen. Danke. Nichts zu danken. Ich hoffe, Sie finden in diesem Cluster neue Freunde und schicken sie zu uns. Und wenn Sie kurz Zeit haben, kommen Sie bitte noch mal zu mir. Ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten. Ja, dann bleib doch stehen, Kind. Willkommen im Zentrum für kulturellen Austausch. Sie können sich gerne umsehen, auch wenn leider noch nicht alles ganz fertig ist. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Wir müssen Sie erklären. Mich erklären? Unsere neue VE da drüben soll die Aufgabe unserer Pathfinder erklären. Aber sie hat beim Absturz sämtliche Einstellungen verloren. Wenn Sie sie reparieren könnten, wäre uns das eine große Hilfe. Reden Sie einfach mit der VE. Den Rest macht Sie selbst. Danke. Nichts zu danken. Zögern Sie nicht, einen unserer freundlichen Botschafter des Friedens anzusprechen. Hallo Nachbar. Ich bin G.M. Giles, die Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich dachte, Sie würden vielleicht gerne mehr über unsere Pläne erfahren. Okay. Sehr gut. Wenn Sie das hier sehen, haben unsere Pathfinder ihre Aufgabe erfüllt und neue Freunde in der Galaxie gewonnen. Willkommen auf der Nexus. Aber ich möchte Sie beruhigen. Die Ankunft unserer Archen in Ihrem Gebiet hat möglicherweise Anlass zu Bedenken gegeben. Diese würde ich nun gerne zerstreuen. Warum haben Sie die Milchstraße verlassen? Das werde ich oft gefragt. Viele von uns sind von einer großen Neugier erfüllt, die nur eine Frage plagt. Was gibt es noch da draußen? Unsere eigene Milchstraße ist nur ein winziger Fleck in einem Universum voller Geheimnisse. Und für mich war der Gedanke, diese Geheimnisse in Andromeda zu erfunden, ein Ruf ins Abenteuer, dem ich nicht widerstehen konnte. Was haben Sie in dieser Galaxie vor? Sehr gute Frage. Darüber würde ich mir auch Gedanken machen. Ich kann Ihnen versichern, wir haben keinerlei feindliche Absichten. Wir sind Pilger, die lediglich in Frieden leben wollen. Wir wollen neue Kulturen und Ideen kennenlernen und unsere eigenen mit ihnen teilen. Aber wir verstehen, dass man sich Vertrauen verdienen muss. Das ist in jeder Galaxie so. Und die Initiative freut sich darauf, genau das zu leisten. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zuzuhören. Im Namen meiner Mitreisenden aus der Milchstraße möchte ich sagen, dass wir nicht gespannter darauf sein könnten, was die Zukunft für uns alle bereit hält. Ich würde sagen, lasst uns die alle mal abklöppern. Weil ich meine, es gab hier eine versteckte Quest. Aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Pathfinder. Willkommen beim Setup für Ihre Infoportien über Pathfinder. Ich wurde mit allen relevanten Daten programmiert. Aber Sie müssen festlegen, welche Informationen ich Priorität einrollen soll. Wählen Sie zuerst Ihre Bevorzugte stimmen und das Erscheinungsbild aus. Männlich oder weiblich? Weiblich, bitte. Variable festgelegt. Welcher Aspekt der Aufgaben eines Pathfinder soll hervorgerufen werden? Erkundung und Entdeckung oder erst Kontakt mit neuen Spezies? Die Begegnung mit neuen Spezies. Variable festgelegt. Nächster Punkt. Soll ich die Bedeutung des Pathfinder-Teams hervorheben oder die der Pathfinder-Teams hervorheben? Boah, das ist wirklich schwer, weil beides brauchst du natürlich, ne? Ich würde trotzdem die Knie nehmen. Unsere Sam-Partner. Variable festgelegt. Letzte Frage. Soll ich Hinweise darauf geben, wie man ein Pathfinder wird oder frühere Pathfinder auch zurück und damit wäre? Nenne die früheren Pathfinder. Setup abgeschlossen. Möchten Sie diese Einstellungen beibehalten? Für mich ist es so in Ordnung. Danke, dass Sie diese Infoportie über Pathfinder gelegt haben. Übernehme Änderungen. Hallo. Dieses Display beschreibt unsere Pathfinder. Die Geschichte entdeckt eine Initiative. Erzähle mir etwas über Pathfinder. Pathfinder sind bereits die Ersten, die neuen Spezies begegnen und damit auch unsere Erdkontaktbotschafter. Sie arbeiten hart, damit jeder weiß, dass die E-Zertische Frieden ist. Wie wird man normalerweise ein Pathfinder? Unsere Pathfinder werden aus vielversprechenden Kandidaten sämtlicher Spezies ausgebildet. Früherer Pathfinder sind Eric Ryder, N7 AG. Wir ehren ihn. Harter Job. Haben Pathfinder Hilfe? Jeder Pathfinder ist mit einer Ordnungheit verbunden, die es Ihnen ermöglicht, neue Welten innerhalb von Stunden, statt Monate zu studieren. Wenn Sie auf Ihren Reisen einem Pathfinder begegnen, grüßen Sie bitte. Wie Nektus ist ein Ort der Freundschaft und der Zusammenarbeit. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Einwohnerin Andromedas. Ich bin ein Trurianer und empfände es als Privileg, Ihnen von meinem Volk zu erzählen. Okay. Trurianer sind eine überaus disziplinierte Spezies, für die der Dienst am anderen ein hohes Gut ist. Niemand stellt bei uns persönliche Bedürfnisse über das Gemeinwohl. Die Arbeit für die Gemeinschaft ist der Mittelpunkt unserer Gesellschaft. Wir halten es für unsere Pflicht, uns als Spezies zu verbessern. Woher stammen Sie? Die Trurianer leben auf dem Planeten Pellegrin. Das schwache Magnet der Atmosphäre hat für unsere Entwicklung zu der Lebensform gesorgt, die Sie heute vor sich sehen. Unser typischer Panzer, diese harte äußere Hülle, besteht aus Metall. Er schützt uns vor der starken Strahlung der Sonne von Pellegrin. Was können Sie mir über die Geschichte der Trurianer erzählen? Die Geschichte meines Volkes ist der Beweis, dass der Frieden am Ende siegt. Aus Meinungsverschiedenheiten mit anderen Spezies entstanden langfristige Freundschaften. Als die Trurianer zum ersten Mal auf Menschen trafen, gab es ein Missverständnis, dass katastrophale Konsequenzen hätte haben können. Aber mit Bedürfung und Zurückhaltung ist es Menschen und Trurianern schließlich gelungen, eine für beide Seiten vorverärfte Partnerschaft zu begründen. Das gleiche streben wir auch in Antromeda an. Es war nur eine große Freude, sie kennenzulernen. Ich hoffe sehr, auch andere Trurianer kommen bald in diesen Genuss. Ich muss mal gucken, wenn wir nochmal mit ihr sprechen, was passiert jetzt? Ich meine, da gab es irgendwo eine geheime Mission. Nicht an dem Dingens Tonnen, nein, kann ich nicht. Willkommen zurück. Danke. Nichts zu danken. Okay, muss ich jetzt erst mit allen sprechen, damit ich das bekomme? Das ist die Arche Hyperion, eines von mehreren Schiffen, die die lange Reise aus der Milchstraße nach Andromeda auf sich genommen haben. Die abertausend Kolonisten an Bord sind in Frieden hierher gekommen, geeint durch ihren Traum von einem besseren Leben in einer atemberaubenden Galaxie. Es gibt keinen Grund, ihre Ankunft zu für fürchten. Wir alle sind Bürger des Universums und wünschen uns nichts mehr, als ihre Freunde zu sein. Die Nexus ist ein Ort der Freundschaft und der Zusammenarbeit. Hallo, ich bin ein Mensch. Wenn Sie mehr über mein Volk wissen wollen, fragen Sie ruhig. Okay. Das freut mich. Die Menschen sind eine mannigfaltige Spezies. Sie werden möglicherweise Personen unterschiedlicher Hautfarbe oder Glaubensrichtung begegnen. Dennoch lassen wir nicht zu, dass diese Unterschiede zwischen uns stehen. Wir feiern unsere Vielfalt, anstatt uns wegen ihr zu streiten. Was können Sie mir über die Geschichte der Menschen erzählen? Die Menschheit ist im Vergleich zu vielen anderen Völkern der Milchstraße noch jung. Wir haben die Raumfahrt erst viel später entdeckt. Aber wir gleichen unser geringes Alter durch Enthusiasmus und Pioniergeist aus. Wir glauben, dass wir unseren Mitreisenden durchaus dem einen oder anderen Kniff beibringen können. Woher stammen sie? Die Menschen kommen von einem Planeten namens Erde. Das ist eine wunderschöne Blauwelt, auf der es alles gibt. Ozeane und Dschungel, verschneite Weltkipfel und Wüsten. Sie ist außerdem eine Oase biologischer Vielfalt. Wissenschaftler schätzen, dass es auf der Erde fast 9 Millionen einzigartige Tier- und Pflanzenarten gibt. Schön, dass Sie hier waren. Und fragen Sie die Menschen unbedingt nach Eiscreme. Sie ist eines der wundervollen Dinge, die wir mit nach Andromeda bringen. Dies ist eine Abbildung der Citadel, die von zahlreichen zivilisierten Völkern in der Milchstraße als Sitz der Regierung anerkannt wird. Hier berät sich der Rat in Staatsangelegenheiten. Er setzt sich für die gewöhnlichen Bürger ein und ist stets bestrebt, jenen in Not zu helfen. Wie in allen politischen Institutionen der Milchstraße sind Konflikte auch hier äußerst selten. Stattdessen werden Frieden und Kooperation großgeschrieben. Ich heiße Sie im Namen der Nexus im Kulturzentrum willkommen. Bitte sehen Sie. Hallo, danke, dass Sie hier sind. Ich bin ein Kroganer. Sind Sie daran interessiert, mehr über mein Volk zu erfahren? Für die Vielfalt der Pflöger zu erfahren, die aus der Milchstraße eingetreten sind. Natürlich sind Sie das. Wir mögen furchterregend aussehen, aber das sollte Sie nicht bewundern. Der Grund dafür ist, dass wir von einer unwirklichen Welt kommen. Wir sind eine Spezies, die auch unter niedrigsten Umständen gedeihen kann. Was können Sie mir über die Geschichte der Kroganer erzählen? Sie ist abwechslungsreich, könnte man sagen. Bei uns haben nur die Härtesten die Pubertät überlebt. Das soll heißen, es wurde ziemlich viel gekämpft. Sie werden die Geschichten zu hören bekommen. Es hat also keinen Sinn, etwas zu vereinigen. Wir waren einst eine großartige Zivilisation, aber ich muss gestehen, wir haben sie lohimiert. Deswegen sind jetzt auch viele Kroganer hier in Andromeda. Sie sind die Intelligenten unseres Volkes, die Frieden und ein Bäuer den Bäuer. Woher stammen Sie? Von einem hässlichen Felsbrocken namens T'Chanka. Lügen ist sinnlos. Die meisten würden diesen Planeten lieber nicht besuchen. Wir hatten Raubtiere, dieser Label ist Wetter und nicht viel mehr. Aber er hat uns unsere Identität gegeben. Wir mussten uns anpassen und weiterentwickeln. Wir sind durch und durch aufs Überleben ausgerichtet. Wie viele Spezies kennen Sie, die ein paar Ersatzlungen haben. Nur für den Fall. Oder vier Hoden. Danke für Ihr Interesse. Wir freuen uns alle drauf, unsere neuen Nachbarn kennenzulernen. Die Nexus ist ein Ort der Freundschaft und der Zusammenarbeit. Ich habe die Raucherwitz-Freunde. Wir freuen uns über die Häuser. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Einwohnerin Andromedas. Ich bin ein Turianer und entwende es als Privileg, Ihnen von meinem Volk zu erzählen. Okay. Turianer sind eine überaus disziplinierte Spezies, für die der Dienst am anderen ein großes Gut ist. Niemand stellt bei uns persönliche Bedürfnisse über das Gemeinwohl. Die Arbeit für die Gemeinschaft ist der Mittelpunkt unserer Gesellschaft. Wir halten es für unsere Pflicht, uns als Spezies zu verbessern. Es war mir eine große Freude, Sie kennenzulernen. Ich hoffe sehr, auch andere Turianer kommen bald in diesen Genossen. Zögern Sie nicht, einen unserer freundlichen Botschafter des Friedens anzusprechen. Sie beantworten gerne alle Ihre Fragen. Hartfinder, danke, dass Sie mir Zugang zum Kulturzentrum verschafft haben. Es gibt hier so viel zu erfahren. Man könnte sein ganzes Leben damit verbringen, das alles zu studieren. Klingt verlockend. All diese Geschichte, Wissenschaft und Kultur. Ich könnte mir ein paar Snacks holen und mich in die Ecke da drüben verziehen. Nichts für ungut, aber ich fange mit den Asari an. Oh, klar. Aber geben Sie mir Bescheid, wenn Sie beim Elcor Hamlet angekommen sind. Ja, ja, das hört man schon. Okay, anscheinend kommt er doch nicht mehr. Ich meine, da gab es damals noch oder das kommt noch, eine Zusatzmission. Das kann natürlich auch sein. Spend auf der Nexus finden. Ja, dann muss ich erst mal zu dem Reisepunkt. Also, wir haben jetzt so viel Zeit verplempert, einfach nur ein bisschen Story zu hören. Ja, mal nicht rum. Ja, es gibt Leute, die müssen 60 Stunden in der Woche arbeiten. Äh, 70. Ach, warte mal. Würfel dazu. Ja, ich kann es kaum erwarten auf einen Augenblick. Ihre Inkompetenz ist nicht mein Problem. Machen Sie einfach Ihre Arbeit. Was wollen Sie? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber es ist nicht fair, es an mir auszulassen. Tut mir leid. Sie haben recht. Es ist nicht Ihre Schuld. Ich hab nicht viel Gutes über diesen Kerl gehört. Was auch immer Sie gehört haben, ist mit Sicherheit nicht mal halb so schlimm wie die Realität. Erst letzte Woche hat er versucht, einen Teil der Bestände umzuleiten, die wir für den Betrieb der Stase-Kapseln brauchen. Warum macht er sowas? Keine Ahnung, aber wenn Cash nicht eingeschritten wäre und gedroht hätte, ihn aus der Luftschleuse zu werfen, wäre das Ganze in einer Katastrophe geendet. Und so ist er immer. Er trifft falsche Entscheidungen, vergrault die Kroganer und behandelt die Leute wie Dreck, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Man sollte eigentlich annehmen, Ihr Boss hätte die Macht, etwas dagegen zu unternehmen. Sie hasst Spender, aber sie kann nun mal nicht immer in der Nähe sein, um ihn sich vorzuknöpfen. Es ist so schlimm geworden, dass Cash ihn buchstäblich aus dem Maschinenraum werfen musste. Sie meinen das im übertragenen Sinn, oder? Nein, sie hat ihn tatsächlich geworfen. Das war herrlich. Wir müssen Spender loswerden. Nur leider ist er zwar inkompetent, klebt aber an seinem Stuhl. Cash kann Ihnen mehr sagen. Okay, dann. Müssen wir sowieso in die Richtung, ne? Wir müssen ja noch eh mit den Leuten reden, deswegen passt das hier eigentlich. Boah, ich hab so das Gefühl, dass ich irgendwie immer noch was vergesse. Ich mein, ich hab's ja schon einmal durchgespielt, aber zweimal im Endeffekt. Deswegen, ähm, einmal bin ich, hab ich auf den Höchsten gespielt, dann hab ich auf Normal gespielt. Und dann hab ich aber durchgerusht, hab eine Hauptmission geballert. 100%-Roll habe ich mit dem Spiel noch nicht gemacht. Müsste ich eigentlich auch mal machen. Und so, erst mal mit Cash sprechen. Und so, erst mal mit Cash sprechen. Ich bin sicher, er steht weiterhin mit den Exzellenten in Kontakt. Nur kann ich es ohne ihre Hilfe nicht beweisen. Weiß sonst noch jemand davon? Mein Großvater hatte versucht, Tan darüber zu informieren. Ohne Beweise wollte er ihm aber nicht glauben. Wenn er wirklich so übel ist, warum hat er dann seinen Job noch? Willkommen auf der Nexus. Hören Sie, mit bloßer Inkompetenz kann ich umgehen. Aber Spender ist ein Verräter und eine Gefahr für diese Station. Wir müssen etwas gegen ihn unternehmen. Sie haben recht. Diese Sache muss geklärt werden. Schön, dass das noch jemand so sieht. Reden Sie mit Kandros. Er hat wahrscheinlich Überwachungsaufnahmen. Irgendwelche Beweise. Aber Sie müssen ihn davon überzeugen, die Freigabe zu autorisieren. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Viel Glück da draußen. Ist ja nicht so, als würde ich mir nicht so mit Kandros sprechen. Achtung. Aus den Ziviler ungehorsam gemeldet. Die Sicherheitskräfte untersuchen den Vorfall bereiten. Apex führt ent... Freut mich, Sie endlich zu sehen. Sie sollen da draußen ganz schön beschäftigt gewesen sein. So könnte man es ausdrücken. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Ich muss mit Ihnen über die Stase-Aufhebung und die Demonstranten in den Hydrokulturen reden. Verstehe. Vielleicht sollte ich dafür die anderen holen. Demonstranten haben die Hydrokulturen besetzt? Sie wollen, dass Ihre Familien aus der Stase geholt werden. Der Außenposten auf Eos hat den Ablaufplan unterbrochen. Und jetzt sind Dutzende Leute auf unterschiedliche Kolonieblöcke verteilt. Die Demonstranten wollen dieses Problem noch heute gelöst sehen. Wissen Sie... In unserer Position. Wir können diese Familien nicht aufwecken. Wir haben nicht die Ressourcen dafür und wüssten auch gar nicht, wohin mit ihnen. Wir haben Eos besiedelt. Und da soll kein Platz für ein paar mehr sein? So einfach ist das nicht, Ryder. Alles, was Eos im Moment produziert, ist bereits verplant. Und was sollten diese Wissenschaftler auf einem militärischen Außenposten tun? Was schlagen Sie vor? Wir lassen die Familien in der Stase, wo sie sicher sind, und vertreiben die Demonstranten aus den Hydrokulturen. Sie mögen ja einsichtig wirken, aber das galt auch für die Exilanten. Eine Revolte war genug. Unser Überleben ist wichtiger als Familienzusammenführungen. Glauben Sie, dass diese Proteste gewalttätig werden könnten? Wir sind alle Pioniere. Auch Zivilisten sind zäh genug, um Ärger zu machen. Und Störungen der Hydrokulturen gefährden unsere Sauerstoffversorgung. Das wissen die genau. Wie würden Sie mit den Demonstranten verfahren? Ich würde einen Trupp reinschicken und sie raustreiben. Wenn es sein muss, auch mit vorgehaltener Waffe. Wenn sie sich wehren, landen vielleicht ein paar von ihnen auf der Krankenstation. Aber das ist besser, als die Hydrokulturen zu verlieren. Oder die Nexus. Diese Leute sind nicht unsere Feinde. Wir haben diese lange Reise nicht auf uns genommen, um Familien auseinanderzureißen. Wir lösen das Problem mit der Ressourcenknappheit schon irgendwie. Ihr Mitgefühl ist bewundernswert. Aber? Dann werden wir wohl alle den Gürtel enger schnallen müssen. Sie können einen Star-the-Override-Befehl von der Kommandozentrale aus erteilen. Hoffentlich ist der Rest dann auch so einfach. Immer schon fast zwei Planeten. Das spornt die einfach hier. No, hau mal ab, ey. Das spornt die einfach hier. Die Familien wurden aus der Stase geweckt. Ich weiß das, weil Apex jetzt kleinere Rationen hat. Meine Entscheidung steht, Kandros. Und jetzt glauben alle, eine Demo sei der Weg, wie man hier Ziele erreicht. Entschuldigen Sie mich. Ihre Bitte um nach... Noch keine Neuigkeiten von der thurianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Mir wurde gesagt, ich soll mit Ihnen über die Meuterei reden. Ich war nicht auf der Nexus, als es geschah. Ich hab darüber gelesen, aber... Sie wissen ja, wie die Dinge sich hier rumsprechen. Wissen Sie, wo Spender zu dem Zeitpunkt war? Wieso Spender? Moment. Glauben Sie etwa, er hatte etwas mit der Meuterei zu tun? Vielleicht. Ich versuche nur, Ordnung in die Sache zu bringen. Also in den Loks, die ich durchgesehen habe, gab es tatsächlich einige Diskrepanzen. Ich wollte mir das noch genauer anschauen. Wenn Sie den Fall ohnehin untersuchen, könnte ich Ihnen Zugriff auf das Archiv mit den Überwachungsvideos geben. Wie wär das? Danke. Sonst noch etwas? Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Diese Datei lässt sich nicht richtig abspielen. Sam, kannst du die Qualität verbessern? Die Arbeitung läuft. Wiedergabe gestartet. Moment mal. Übergibt er da etwas an einen der Meuterer? Es tut mir leid, Pathfinder. Diese Backup-Datei ist beschädigt. Die Tonspur ist nahezu vollständig zerstört. Möglicherweise hat jemand das Original gelöscht, woraufhin bei einem System-Neustart diese Version wiederhergestellt wurde. Das klingt, als wollte jemand etwas vertuschen. Dem stimme ich zu. Ich kann zwar den Ton nicht wiederherstellen, aber es scheint sich bei dem Ort um Kadera zu handeln. Wie kommst du darauf? Einfach ausgedrückt durch Lippen lesen. Ich kann den Ort anhand der aktuellen Daten nicht identifizieren. Es scheint bergig zu sein und bevölkert. Wir müssen den Planeten finden, bevor ich das Ergebnis bestätigen kann. Ich werde sie über meinen Kern kontaktieren. So, Lackbuch. Spinn, wenn wir die Überwachung zur Rede stellen. Organischer Verrat. Aber wir können es ja noch nicht beweisen, ist das Problem, ne? Und der ist jetzt wieder wo? Vor allem, warte, wir haben ja noch das andere, ne? Geheim-Projekt, das haben wir soweit fertig. Familiengeheimnisse der Rider. Ja, da warte ich, bis wir alle freigeschaltet haben. Korras Arche. Ja, gescheitert. Mit Eos nach Eos reisen machen wir noch. Und hier müssen wir auch noch machen. Welten zur Prüfung finden. Volt aus dem Posten prüfen. Äh, Volt waren wir glaube ich schon, ne? Ne, Volt waren wir glaube ich noch gar nicht. Ah, Verwahl. Ja, genau. Da müssen wir den auch noch mitnehmen. Das heißt, da will ich Leon... Und das ist aber Hauptquests. Das machen wir das nächste Mal. Das heißt, wir haben jetzt nur noch erstmal Drag. So eine Mission. Weiß ich nicht, ist das hier oben oder ist das... Ich glaube, das ist über uns, ne? Stationsleiterin Cash erinnert hiermit alle daran, dass sämtliche Änderungen am Energieraster vorher genehmigt werden müssen. Der Journalistin reden? Wo ist die Journalistin Carrie? Ist er doch. Hi, die Dokumentation kommt extrem gut an. Ihre Kommentare sorgen für reichlich Gesprächsstoff. Tan hatte uns übrigens zu sich zitiert, um uns daran zu erinnern, dass wir doch bitte die richtige Botschaft vermitteln sollen. Ist alles okay? Ja, es war in Ordnung. Und deutlich weniger interessant als Ihre jüngsten Erlebnisse. Die Entscheidung, so früh einen militärischen Außenposten zu errichten, ist umstritten. Kandros befürwortet sie. Aber andere sagen, die Initiative wirke dadurch aggressiv. Jeder Schritt, den wir bisher in Andromeda unternommen haben, war gefährlich. Die Initiative muss sich selbst schützen können. Das sind ausgesprochen offene Worte. Aber vielleicht müssen die Leute sie ja hören. Diese Risiken sind sicher sehr stressig. Wie entspannen Sie sich zwischen den Missionen? Und Sie? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie Ihre Kamera für irgendwas weglegen. Ich bin aber nicht historisch relevant. Ich muss kurz über meine Antwort nachdenken. Und ich möchte es trotzdem wissen. Zu Hause bin ich segeln gegangen. Ich liebe das Wasser. Heute spiele ich Ozeangeräusche ab, schließe die Augen und erinnere mich. Okay, Sie sind dran. Meine Crew und ich verbringen unsere Freizeit gemeinsam. Wir sind ein Team. Auch das ist Geschichte. Diese kleinen Augenblicke dazwischen. Jetzt noch einige Bilder dieser Relikt-Technologie, ein paar Erklärungen und die Episode ist fertig. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie mehr kommt da nicht? Nächster Schritt. Achso, hier. Rider, richtig? William Spender. Entschuldigen Sie, falls wir uns bereits kennen, aber ich treffe so viele Leute, das bringt die Leitung der Kolonialverwaltung mit sich. Die Leitung der Kolonialverwaltung? Ich dachte, Sie sind stellvertretender Direktor. So ist es. Ich bin Addisons Assistent. Wir wissen also beide, wer die eigentliche Arbeit macht. Soweit ich weiß, haben Sie sich die Hände ziemlich schmutzig gemacht. Ich habe die Aufnahmen gesehen. Sie haben irgendetwas übergeben? Was für Aufnahmen? Oscar Walkham? Das war ein ganz normales Geschäftstreffen. Ich weiß ja nicht, mit wem Sie geredet haben, aber erhebt offenbar einen Groll gegen mich. Und ganz ehrlich, ein Pathfinder sollte seine Zeit nicht mit einer Hexenjagd vergeuden. Es wäre vernünftig, die ganze Sache einfach zu vergessen. Planeten aus der Überwachungsaufnahme finden, machen wir, machen wir. Haben wir sonst noch irgendwas hier, wo ich gerade hier bin? Ähm, das ist alles Hauptmission, Helios. Frischstunst treffen. Sklaven der Drachen. Achso, genau, das müssen wir noch machen. Erster Mörder müssen wir auch noch machen. Feuerwehr. Was ist auf eine E-Mail warten? Okay. Tempest, was haben wir da? Die ersten Vorbereitungen. Filmbibliothek. Dann machen wir das als nächstes. Äh, wo muss ich denn da hin? Für den Filmabend. Aber den können wir erst dann starten, wenn wir auch unser Date, beziehungsweise eine Romanze oder so haben. So, dann haben wir das auch fertig. Logbuch. Ähm, Helios Aufgaben. Schlafende Drachen. Muss ich jetzt dafür auch wieder nach oben? Schön, wenn man direkt alles hier oben machen kann. Ja, es ist halt so eine Entscheidung, wo man sich denkt, ja oder nein oder doch. Ich hab keine Ahnung, einfach, einfach machen. Okay, sende den Override-Befehl. Die Stase-Kapseln müssten jetzt entsperrt werden. Sie machen das wirklich? Ich war bei dem Protest in den Hydro-Kulturen dabei. Ich dachte, wir bekämen lediglich weitere Ausreden. Aber wir haben bereits ein Jahr mit dem Warten auf unsere Familien verloren. Ich bin froh, dass es jetzt soweit ist. Es wird eine Weile Einschränkungen geben, weil wir die Neuankömmlinge ernähren müssen. Aber sie sind da draußen. Wir schaffen das schon irgendwie. Meine Mom hatte Angst, dass etwas schief geht und sie in der Stase die ganze Zeit wach ist. Ist sie zwar nicht, so funktioniert das nicht. Aber ich will, dass sie rauskommt. Damit ich es weiß. Override abgeschlossen. Stase-Aufhebung ausgelöst für Jasper K. Griffith G. Pirtwist A. Demerci P. Kozlov S. Da, das ist sie. Das hatte einen Preis. Ich hoffe, Sie wissen zu schätzen, was Sie bekommen haben. Jawohl, danke. Ich will einfach zwei verschiedene Augenfarben. Angesichts der neuen Ressourcenverteilung könnte es erforderlich werden, dass das Personal in Stase auf der Hyperion jetzt länger warten muss. Wenn es soweit ist, haben Sie alle ein Zuhause, für das sich das Aufwachen lohnt. Versprochen. So. Auch erledigt. Dann auf nach... Sag mal schnell. Äh, welcher war das denn jetzt? Nein. Etynisches Lager, aber doch fertig. Dem Arzt berichtet der Stadt, müssen wir noch machen. Was machen wir dann? Ein Stand für den Außenposten. Haben wir schon gefunden. Den haben wir schon. Wir machen aber erst die Wissenschaftler dann, glaube ich. Verwalt ist nämlich Hauptquest. Ja, ja, das ist Hauptquest. Das machen wir als nächstes. Aber ich muss mir das nur aufschreiben. So, machen wir das als nächstes hier. Achso, mal im Safen. Wobei, wie auch mal eben nach unserem, nach dem Ruder gucken. Das war HNS mit den... Eine Geiselnahme in den Hydro-Kulturen endete friedlich, nachdem es dem menschlichen Pathfinder gelungen war, zwischen Demonstranten und Nexus-Beamten zu vermitteln. Grund für die Eskalation war die Forderung der Demonstranten, bei der Staseaufhebung, nicht länger Personen mit politischen Beziehungen zu beantworten. Das ist nicht gut. Das war HNS. Das war HNS. Dammte Exiland. Neuigkeiten. Schon was Neues, Doc? Look, Ryder, das war Wahnsinn, wie Sie mit Ihrem Bruder im Koma gesprochen haben. Ich habe das alles mit dem Sam-Implantat nie wirklich geglaubt, aber das war wirklich erstaunlich. Ich weiß nicht. Das war alles sehr merkwürdig. Ich weiß, was Sie meinen, aber am Anfang wirkt alles merkwürdig. Vor langer Zeit haben meine Kollegen auch mal Bakterien für eine verrückte Idee gehalten. Man muss sich nur daran gewöhnen. Und wenn es meinen Patienten hilft, bin ich völlig unvoreingenommen. Wie geht es, Scott? Nun, der Tod Ihres Vaters und die Pleite mit dem neuen Zuhause, das nimmt einen ziemlich mit. Ich glaube aber nicht, dass bleibende Schäden zu befürchten sind. Zumindest nicht körperlich. Das wäre alles, Harry. Danke. Kommen Sie ruhig wieder vorbei. Falls sich bei Scott was ändert, melde ich mich. Okay. Die Nexus erhält eine Bar. Trotz vereinzelter Proteste betrachten die meisten das Vortex als zivilisierte Möglichkeit, sich bei einem Drink von der Starse zu erholen. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Die Behörden warnen vor dem Regiering. Die Behörden warnen vor dem Regiering. So, haben wir noch Wollt gerade Das ist genau wie gerade, also ich kriege ja dauernd gerade Nachrichten Jede ordentliche Raumstation braucht einen großen See, vielleicht auch ein paar Brunnen Stimmt, amphibisch oder nicht, jeder braucht Wasser Wie auch immer, die größte Bedrohung der gesamten Initiative ist nach wie vor diese Monstrosität Sie meinen die Geißel? Ich sehe noch vor mir, wie sie die Nexus außer Betrieb gesetzt hat Ich musste anderen Piloten gefährliche Flugmanöver beibringen, nur für die Suche nach Nahrung und Wasser Sie ist ein Käfig, der gute Schiffe frisst und gute Crews Helios kann keine Heimat sein, solange sie uns bedroht Die Angara leben damit, also können wir das auch Und wenn jeder unserer Kolonisten ein erstklassiger Pilot wäre, würde ich mir auch keine Sorgen machen Wenn wir sie irgendwie neutralisieren könnten oder wenn unsere Schiffe sich gegen sie verteidigen könnten Aber so lösen wir unsere Probleme Wir finden einen Weg, wo es keinen gibt, oder? Die Nexus ist der beste Beweis dafür Sowas in der Art, ja Das Handbuch des Schiffs ist echt nützlich Endlich steht meine Werkbank wieder gerade Wenn Sie es auch mal lesen würden, wüssten Sie, dass die Tempest ein Füllhorn neuer Tech ist Sie können nicht einfach... Ich habe dieses Schiff in Rekordzeit stark klar gemacht, Kello Ich beherrsche meinen Job Und Sie haben nicht den geringsten Respekt vor dem Job anderer Leute Kello? Oh, Ryder Tut mir leid, dass Sie das mit anhören mussten Was kann ich für Sie tun? Ich habe das zwischen Ihnen und Gil mitgehört Es klang ziemlich hitzig Er will alles umgestalten, aber das Schiff wurde nicht ohne Grund so gebaut, wie es ist Ich wünschte, Gil würde das respektieren Deshalb müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen Was halten Sie vom Rest der Crew? Also, über Suvi kann ich nichts sagen Schließlich sitzt sie direkt daneben Ich höre gar nicht zu Sie können sagen, was Sie wollen Oh nein, darauf falle ich nicht nochmal rein Was halten Sie vom Rest der Crew? Ich muss zugeben, Gil irritiert mich ziemlich Ständig baut er Systeme um, anstatt sie einfach zu warten Er macht eben alles gerne auf seine Art Aber das muss ja nicht richtig sein Erzählen Sie mir mehr über das Schiff O'Connell, unser Systemdesigner Hat ein Modell für die Energieverteilung im Schiff entworfen und installiert Aber er hat vergessen, sein Terminal zu sperren Und wir haben es ein wenig verbessert Der arme O'Connell war zwei Tage lang überzeugt Dass das Einschalten sämtlicher Lichter im Badezimmer den Maschinenkern überlastet Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit Das hatten wir schon Sie wissen, wo Sie mich finden Die Entdeckung Ayers war genau das, was wir gebraucht haben, Ryder Die angaranischen Wissenschaftler haben ihre Kenntnisse so freigebig mit uns geteilt Es war einfach unglaublich Das Wissen der Angara wird der Initiative eine enorme Hilfe sein Ja, und wir benötigen sie wirklich dringend Ich bin dankbar dafür, dass die Angara das Risiko einer Zusammenarbeit mit uns eingegangen sind Ich fürchte nur, nicht alle von ihnen sind derart freundlich Einige schenken einem schnell ihr Vertrauen Bei anderen muss man es sich verdienen Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen Aber natürlich So, jetzt lesen wir nochmal E-Mails Poker Das war alles Das war die einzige E-Mail, die ich bekommen habe Wow Ähm, mit Liam müssen wir noch reden Guck mal, ähm, Pibi 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 ist gar nicht da Gil, Sie haben Ihren Termin nicht wahrgenommen Schon wieder Oh oh, da kriegt jemand Ärger Ich hatte einen guten Grund Nämlich Wenn er mir wieder einfällt, sag ich es Ihnen Ich glaube nicht, dass sie Ihnen das abgekauft hat Der ist nicht schlecht Warte mal, wir müssen ja noch unser Geld abholen Den will ich haben Ich bin immer gebrochen, die Dinger Ich habe eine Kopie der Filmbibliothek der Nexus Danke, ich gehe Sie gleich mal durch Das sind vermutlich alles landwirtschaftliche Lehrvideos Aber vielleicht ist ja auch was Gutes dabei Ich halte Sie auf dem Laufenden Gut, dann Joan hat nichts Ich denke mal, die anderen auch nicht Gehen wir mal Auf die Insel Ach, auf die Insel soll ich schon Wir haben unbenusste Fähigkeiten Warum habe ich unbenusste Fähigkeiten? Ähm, ich dachte, er macht das alleine Ist das nicht umgestellt? Äh, Biotik Ist das doch eigentlich? Ja, macht er nicht Okay Machen wir später So, dann zurück auf die Insel Machen wir erstmal die Sache mit Cora weiter Achso, ich muss ja Mal raus hier Ähm, da können wir jetzt hin Dann machen wir die Sachen erstmal fertig Das Pissius-System Heimat von Eos und Podromos Versteckung des Signals Kursaufgabeentwicklung Das Der Forschungsstation Verstorbene Bruder Korohapa Und Benennung der Toten Also wir haben ja noch ein bisschen was zu tun hier So, dann lass uns mal schauen Wir könnten eigentlich mal das Scharfschützengewehr wechseln Wir wechseln das einfach mal Und auch das Sturmgewehr machen wir mal raus Packen eine Schrotwinte rein Aber ich weiß noch nicht welche Ähm Ich bin alle so weit runter Die könnten wir zum Beispiel mit reinnehmen Kann ich da auch Mods reinmachen Schaden Genauigkeit Genauigkeit Wäre schon nicht schlecht Warte mal Ich kann sogar Ich sehe gerade Ich kann sogar drei Waffen mitnehmen Dann können wir gleich mal Gucken Was wir da Rein machen Nein Jetzt habe ich So Server Munition Magazin 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 Kapazität Sturmgeschwindigkeit Kugelschlag Durch Distanz Machen wir auch mal mit rein Dritte Waffe Ähm Wir haben Das ist jetzt was Sturmgewehr Dann machen wir auf jeden Fall noch eine Schrotflinte Was haben wir 751 So Was sind so die besten Werte hier Magazin Größe 3 Das ist jetzt nicht viel Maximale Munition 22 Aber eventuell könnten wir das sogar noch ein bisschen tricksen Schaden Nackermschaden Reserve Magazin So Das hier Das lassen wir so wie es ist Da hatte ich glaube ich Guckt Helme Habe ich da schon was Neues Haffenschaden Boah ich mag diesen Helm jetzt schon nicht So wir wählen nicht drag Wir wählen Liam Und wir nehmen Cora mit Heute was Neues machen Leite Sinkflug ein Der Schlafmütze Und mich gerade Wenn man auf meine Arme pennt Stream ist so langweilig Dass die einfach schläft Jetzt ist er wieder wach Hätte ich mal besser nichts gesagt Wir sind wieder da wo im Grunde alles begonnen hat Was gibt's Neues über unser erstes Zuhause Die Cats sind auf dem Planeten noch immer präsent Es kommt häufig zu kleineren Gefechten und bei Reisen ist Vorsicht geboten Die lernen es auch nie Was sonst noch? Die Atmosphäre wird zunehmend sauberer Aber in einigen Gebieten gibt es hohe Konzentrationen radioaktiver Strahlung Nähere Untersuchungen laufen Außerdem sind die Relikte weiterhin an der Oberfläche aktiv Und zudem mit Hilfe seismischer Messungen nachweisbar Wer ist mein Ansprechpartner für das alles? Ihre Leute Pathfinder Prodromos wächst Mit all den Herausforderungen und Entdeckungen Die der Aufbau eines Außenpostens mit sich bringt Wir haben sie ja auch gut genug bewaffnet Sämtliche Daten über das neu zugängliche EOS entspringen ihrer Arbeit Na dann, lassen wir ihm die Aufmerksamkeit zukommen, die es verdient Ja dann, lass uns mal gucken, wo wir hinreisen können Was haben wir denn noch hier? Mineralien scannen Das können wir zum Beispiel mit noch Zermatrix Also wir haben hier noch einiges zu tun Abwurfpunkt Hatten wir nicht einen Punkt, wo wir nicht hingekommen sind? Ne, warte mal, die habe ich noch gar nicht entdeckt, ne? Habe ich noch gar nicht entdeckt, ja, ja So viel dazu Den Nomad haben Ja, wir haben jede Menge neu abgewertig gepackt So, wir sind doch irgendwo durch eine Höhle durch Wir holen uns das erstmal Versuchen da rüber zu kommen in die Cat-Basis Letztes Mal sind wir nicht durch die Höhle durchgekommen Weil der Sturm, äh, Sturm hier einfach zu stark war Beute aus unseren Außenposten Und eine Eichenrettungskapsel? Wo haben Sie denn die her? Das spielt keine Rolle Sie werden Sie jedenfalls nicht behalten Werden Sie auch nicht? Haben wir doch schon Ich behalte die Ecken im Auge Sie sind weit weg von Ihrem Schwarm, kleines Entchen Kleines Entchen? Wer spricht da? Jemand, der Arbeit für Sie hat Kommen Sie zu meinem Nav-Punkt, wenn Sie denken, dass Sie dafür bereit sind Wir wollen ihn doch nicht warten lassen, kleines Entchen Nennen Sie mich nicht so Aber wenn ihr mal genau auf den Namen geguckt habt Wisst ihr auch bestimmt Von wem der ist? So, ich muss erstmal gucken, wo wir hin müssen Mit dem kleinen Entchen Na, guck mal rechts rum Jetzt und Bane, äh, ja Ich versuche mir vorzustellen, was alles möglich wäre In 50 Jahren machen die Leute hier vielleicht Ferien am Strand Sobald wir wissen, was für Jahreszeiten es hier gibt Wird es auf Eos auch Feiertage und Urlaube geben Das hier ist nicht unbedingt der klassische Weihnachtsplanet Weitermachen Eine Idee des Bürgermeisters Weil wir weitermachen müssen Politiker, steht hilfreich Tja, das lasse ich jetzt mal unkommentiert Unser Freund hat aus einem Kettbunker angerufen Wir wissen nicht, ob er ein Freund ist Und ich sehe nichts Jetzt sehe ich was Na, wen haben wir denn da? Freut mich, dass Sie sich entschieden haben, hier aufzukreuzen Ist das Ihr Werk? Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten Mein Name ist Bane Massani Die Kettjagd ist so eine Art Hobby von mir Wir sollten einen Verein gründen Dafür ist Eos der ideale Ort Dieser Planet ist ein Kettmagnet Ich habe sie aufgespürt und einige Orte markiert, die man ins Visier nehmen könnte Sie haben das Kronjuwel zwar schon ausgeschaltet, aber diese Bastarde haben hier noch andere Stellungen Und wenn Sie Ihren schicken neuen Außenposten beschützen wollen, sollten Sie sie besser auslöschen Es gibt nichts, was ich für die Sicherheit von Prodromos nicht tun würde Freut mich zu hören Ich schicke Ihnen die Naff-Punkte auf Ihr Universalwerkzeug Letzten Endes werden wir auch Ihr Kronjuwel angreifen müssen Ihre Hauptbasis Aber ich glaube nicht, dass Sie dafür schon bereit sind Klar bin ich bereit dafür Okay, es ist Ihre Beerdigung Ich kann Ihnen ja schlecht verbieten, dumm zu sein Viel Spaß auf der Jagd, Pathfinder Haben Sie irgendeine Idee, warum die Cats so an Eos interessiert sind? Meiner Erfahrung nach gehen Sie überall dorthin, wo es diese komischen Bauwerke gibt Keine Ahnung warum Ich habe aufgehört, mir den Kopf über diese verdammten Dinger zu zerbrechen Es ist besser, Ihnen einfach eine Kugel in den Schädel zu jagen Ich gehe mal davon aus, dass Sie in der Milchstraße kein Cat-Jäger waren Nein, ich habe im privaten Sicherheitssektor gearbeitet Die Bezahlung war gut, aber der Job hat mich gelangweilt Dann hat mir ein Kumpel von der Initiative erzählt Und ich dachte mir, das wäre doch ein Wahnsinnsabenteuer Sind Sie gemeinsam mit Ihrer Familie hier? Scheiße, nein Meine Mutter ist gestorben, weil ich noch ein Kind war Und meinen Vater habe ich nie kennengelernt Er soll angeblich ein Spitzensöldner gewesen sein Aber alles, was ich von ihm habe, ist sein Name Sonst nichts Spätestens jetzt müssten die Leute wissen, wenn ihr Mass Effect 2 gesehen habt Welcher Vater gemeint ist Ne? Einfach mal reingucken, der ist auf YouTube Sie sind nicht mit Bradleys Team nach EOS gekommen Nein, ich bin einer von Tans schrecklichen Exzellenten Ich habe die Nexus nach dem Aufstand verlassen Seitdem hüpfe ich von Planet zu Planet und jacke Cat Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand die Cat mag Aber Sie scheinen sie richtig zu hassen Was soll ich sagen? Sie sind hässlich Und ich bin ein Mann der Ästhetik Wieso haben Sie sich dem Aufstand angeschlossen? Mir hat nicht gepasst, dass Sie Gott gespielt haben Indem Sie darüber entschieden, wer wann geweckt wird Also habe ich einen Aufmäuterer gemacht Und als die Sache schiefgelaufen ist Bin ich meiner eigenen Wege gegangen Sie wollten nicht bei den anderen Exzellenten bleiben? Ehrlich gesagt sind die meisten Exzellenten Arschlöcher Und zwar nicht von der liebenswerten Art Passen Sie auf sich auf, Masani Das habe ich vor Energiegenerator zerstören und die Kaserne zerstören Machen wir Das werden wir auf jeden Fall heute noch machen Den Rest machen wir dann auf jeden Fall später Das gibt so viel zu tun aber in diesem Spiel Aber ich habe heute nicht so viel Zeit Weil ich gleich noch arbeiten muss leider Ansonsten wäre es mir relativ, äh, Lötze Was ist das für ein scheiß Scharfstützengewehr? Ist das überhaupt das Scharfstützengewehr? Okay, die Waffe ist auch nichts für mich Oh, unbedingt gleich Waffen wechseln Das wäre das für ein scheiß Scharf Ist der experiments an... Also ist das sei Need LP Just mal Ansonsten Also ich fand die anderen Waffen irgendwie besser, ich muss mal eben kurz zur Dinge zurück. Lass mich mal richtig hinsetzen. Wieso sind wir immer noch am Kämpfen hier? Wer darum gebeten hat, auf Eos eingesetzt zu werden und konnte nicht anders, ich musste einfach lächeln. Es ist eine harte Welt, aber man kann sich an alles gewöhnen. Man muss es nur versuchen. Die Leute wollen hierher kommen, so wie sie auch nach Andromeda kommen wollten. Der Unterschied ist nur, dass sie jetzt wissen, was sie erwartet. Das ist richtig. So, wir werden aber die Waffen wieder tauschen. Oh, ist da die Waffe schon da drin? Ja, ja. Dummgewehre. Ich muss sagen, ich finde die Waffen, die wir jetzt aktuell haben, nicht allzu schön. Traurigerweise. So, dann lass uns mal direkt wieder. Muss ich doch mal Forschungspunkte investieren und die Waffen dann erforschen. So, dann lass uns mal wieder. ok wir können leider doch nicht umfahren auf wahnsinn habe ich die gehasst da mochte ich die mal überhaupt nicht alle erwischt das ist erledigt Problem ist, der nimmt kein Damage, weil der in der falschen Position steht. Weil der von vorne so gut gepanzert ist, dass ich da kein Damage drauf machen kann. Also eigentlich zu wenig im Endeffekt. Warum ist die schon wieder tot? Das können nicht die einzigen Generatoren sein, die die Kette hergebracht haben. Angesichts der starken Cap-Gesetz auf EOS würde ich Ihnen zustimmen, Karzweiler. Wir müssen einfach weiterhin alle abschalten, die wir finden. Schildverstärker aktivieren! Oh, Waffen-Mod-Rang 3. Auch nicht schlecht. Auch bei diesem Viechern gibt es einige, die herumlaufen. Auf seine Art ist dieser Himmel wunderschön. Unsere Leute haben einen langen Weg hinter sich. Nichts. So, ich muss die Dinger noch kaputt machen. Irgendwie wirkt diese Welt weniger unwirtlich als bei unserer ersten Landung. Aber vielleicht gewöhne ich mich auch nur daran. Man scheint noch ein paar Sachen vergessen hier wegzumachen. Was habe ich denn hier vergessen? Wo stehen wir denn? Ach, wir stehen hier. Da muss ich hin. Ach ja. So, ich muss jetzt einfach nach links rüber. Weiß ich den Moment ja auch gar nicht anfordern. Weiß ich den Moment ja auch gar nicht anfordern. Ich habe schon die ganze Zeit gesucht, das Ding. Ich habe schon die ganze Zeit gesucht, das Ding. So schön, wenn man sofort was sehen könnte, wenn man irgendwo reingeht. Wo soll das Ding denn sein, was wir kaputt machen müssen? Ach, das geht weiter nach oben. Ich denke, das war der letzte. Nicht schlecht, kleines Entchen. Gar nicht schlecht. Das ist ohne Zweifel der schlimmste Spitzname von allen. Das ist einer der schlimmsten, sagen wir mal so. Ich bin Invictor. Dieses ist anders. Exoskenet. Dextro-Protein-basiert. Sie haben mir überhaupt keine Fragen gestellt. Weißt du, wie viel Kraft genau erforderlich ist, um deine Darmalplatten abzulösen? Das dachte ich mir. Je mehr wir erfahren, desto schlimmer wird er. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss eigentlich direkt nur runter. So, wo muss ich jetzt hin? Das war verdammt guter Arbeiter draußen, Pathfinder. Deshalb wollte ich Ihnen auch nochmal persönlich dafür danken. All diese Kett zu erledigen, war eine echt beeindruckende Leistung. Sie haben mir gezeigt, wo ich zuschlagen muss. Ach was. Sie wären auch ohne mich klargekommen. Aber Sie sind wohl kaum so weit gefahren, nur um sich von mir den Arsch küssen zu lassen. Hier, Ihre Belohnung. Freut mich, dass es auf der Nexus doch nicht nur Stümper gibt. Passen Sie auf sich auf, Massani. Das habe ich vor. Nice. Abgeschlossen. Sehr schön. Stufe 15 erreicht. Ich habe jetzt noch immer noch Fähigkeitspunkte, ne? Profil. Soldats. Nein, warte. Fähigkeiten. Ja. Ja, mache ich das selber. Aber sonst noch so Pistolen, Stolperdraht. Ja, wir nehmen das einfach mal mit. Biotik. Ich brauche so viele Sachen eigentlich gar nicht, ne? Also man hat eigentlich nur drei Sachen, die man meistens nutzt. Nehme ich dann einfach mal auf. Okay, da ist das gemacht worden. Gut. Dann würde ich jetzt noch eben den Ampunty holen hier drüben. Und dann würde ich sagen, wir machen wir beim nächsten Mal weiter. Und dass wir dann da ein bisschen das Neben-Story mitnehmen können. Bevor wir die Hauptquests dann weitermachen. Die Cat müssen einfach überall ihre Spuren hinterlassen. Wir werden Eos ein für allemal von den Cat befreien. Das erinnert mich an dieses eine Gedicht. Einsamer und ebener Sand. Wir sollten dieses Cat-Lager ausheben. Meine Sensoren registrieren Cat-Technologie-Pathfinder. Ja, aber nicht mehr heute. Pathfinder. Vor uns liegen eine Reliefstätte. Möglicherweise mit aktiven Verteidigungssystemen. Automatische Portofalli aktiviert. Ja, ich darf nicht mehr mit. Jetzt nehmen wir die noch eben mit. Schwarzfeldstern. Eos hat 10er. Keine Frage. Abbauzonen wurden ihrem NARF-System hinzugefügt. Pathfinder. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Boah, ich finde das so nervig, ne? Dass der E-S-Mann dazwischen Quatsch. Ja, das wissen wir. Beim Speichern. Irgendem Kriecher? Euer Ernst? Cool. Hier, wir sind scannen. Was ist das hier? Kann ich nicht scannen? Ich dachte, hier sind Relikte oder so. Anscheinend ist nix. Ja. So viel zur Tierwesen, ne? Gut. Dann würde ich jetzt auch einfach hier stehen bleiben, würde ich sagen. Machen wir dann das nächste Mal weiter.